Ich denke, jeder Hundebesitzer wird das Gefühl kennen. Wenn ich meinem Hund in die Augen schaue, sehe ich mehr als unser Haustier. Ich sehe unser Familienmitglied. Er ist immer für uns da und bereitet uns jeden Tag Freude. Ich wünsche mir nur, dass mein Hund nicht krank wird und es an seinem Lebensende gesund bleibt. Wir haben so viele Tierarztbesuche hinter uns, was uns unglaublich viel Zeit und Mühe gekostet hat. Weil unser Tierarzt oft ausgerucht ist, sind spontane Termine so gut wie unmöglich. Ich bin Tierarzt Thomas Backhaus. Ich arbeite seit 40 Jahren als ganzheitlich orientierter Tierarzt. Und ich habe das Konzept für das 5E Medical System entwickelt.